Und weiter geht's mit Half-Life. Wie im letzten Part schon versprochen, werden wir jetzt dieses Kraken-ähnliche Tier-Gedöns mal in die Luft springen. Ja, ähm, Schwein. So, jetzt. Und bumm, ne komm. Komm. Geh los. Geh los. Hallo? Ach so. Ich hab' ne Taschenlampen gemacht. Ah, mein Gott. Okay, jetzt aber. Na komm. Ja, schau nach oben, schau nach oben. Und... Hoppala. Hab' das grad... ja, hab' ne Leberbus. Aber wie geil ist das bitte? Habt's hier schon mal... Ja, ich hab' Schaden bekommen, aber das war mir grad relativ wurscht. Habt's hier einen Feind schon mal geiler sterben sehen? Selten, oder? Also wirklich selten. Ich find' das so mördergeil. So richtig mördergeil. Einfach FATZ! Naja. Das müsste man mit einigen Leuten auch machen dürfen, aber... Darauf geh' ich jetzt nicht genauer ein. So, hier ist ne Leiter nach unten. Hier müssen wir auch... Großer Bruch! Wir haben das hier... Ich bin ein Held. Okay, ich speichere hier nochmal schnell. Nein. Tu ich nicht, anscheinend. Doch. Jetzt ja schon. Da. Hier liegt ein Stück. Von dem Typen rum. Oder von dem Viech. Ähm. Ich geh' grad so behindert runter. Damit ich nicht noch mehr Leben verliere. Oh. Taschenlampe. Du wirst gebraucht. Okay. Oh mein Gott. Ähm. Äh. Ah, da unten ist Wasser. Wasser. Ich bin grad nicht sicher, ob da unten... Da unten kamen dann auch Gegner. Oh mein Gott. Ich weiß es noch. Oh. Ne. Kam's doch nicht. Oh doch, kam's schon. Ne, kam doch nicht. Hä? Warten du. Oh, hier gibt's eine Waffe. Eine neue Waffe. Den Revolver. Lecker. Ist sehr lecker, würde ich sagen. Hier gibt's auch gleich Munition für ihn. Hm. Also Revolver ist wie Pistole nur... Ja. Ist ne... Ist ne kleine, handliche Shotgun. Sagen wir's mal so. Also ein Schuss im Kopf und der Gegner ist auf jeden Fall tot. Wo lauf ich jetzt eigentlich grad hin? Müsst du eigentlich hier runter, oder? Ja. Ah ja, klar. Äh. 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 Wir müssen gucken auf unsere Taschenlampe. Ne. Hä? Ach, dann hab ich das grad verwechselt. Ich volle Idiot. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich hab das grad, ähm, verwechselt mit Half-Life 2. Bei Half-Life 2. Ähm. Ist unsere Taschenlampe... Ist unsere Taschenlampe... Gleich unser... Unserer... Sauerstoff. Sagen wir's mal so. Ja. Das ist da irgendwie gekoppelt. Ich weiß es auch nicht. Okay, das war jetzt grad ein riesen Fail. Ähm. Wo muss ich eigentlich hin? Achso, Munition, ja. Nochmal speichern. Ich hab keine Ahnung. Also runter und dann irgendwo raus. Ah, perfekt. Ich bin draußen. Gott sei Dank. Ja. Wie soll man das da unten bitte finden? Was soll denn der Kack? Hilfe. Äh. Okay. Also ich muss über die Rohre. Das seh ich jetzt schon, aber... Mich interessiert grad nur... Oh, warte. 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 Der Fässer. Ah, Leben. Und Ander'h. Anrüstung, ja. Und Rüstung, halt. Och, geil. Geil... Äh, uh, das tut's sehr gut. Taschenlampe können wir wieder ausmachen? Och, bitte. Ja, komm. Zielbügel hinter. Ist das nicht eine geile Waffe? Okay, gut. Uhhh, dann geh der hoch. Und ich hab' ihn hier einmal festgehangen. weil ich nicht gebetet dass man hier über die rohre gehen muss und wollte irgendwie mit den fässern hier lang schwimmen hat sich irgendwie als fehler geben das jetzt auch oder nee natürlich nicht perfekt hilfe ja komm lauf 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 es tut mir leid falls falls es vielleicht gerade ein bisschen ruckelt aber ich will gerade aufnehmen ich lade im hintergrund gerade noch was runter ja ich lade im hintergrund ein spiel runter was auf jeden fall noch letzt plate wird ich weiß gerade nur nicht ob ich gerade schon verraten soll ich bin ihr gerade für nein das wird aufgemacht ja komm dreh 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 aha so ich werde jetzt gar nicht rüber gekommen headcrap 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 wo bist du okay ein sprung na komm und headcrap headcrap komm ich hab dich gehört obwohl irgendwie unlogisch dass ich es da hinten gehört aber wenn sie es voll sein naja da wird wohl auch keine kommen daten zone ladezone warte 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 dich habe ich gehört dich habe ich gehört leck mich am arsch ich habe mich verhakt oh mein gott also ja ladezonen ladezonen bedeutet anscheinend immer was schlechtes es geht das irgendwie kommt das ist glaube ich nicht so gut da acht hilfe 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 headcrap überall headcrap ich bin mir gerade nicht sicher ob da hinten ich habe kein ich habe gerade überhaupt kein bock auf headcrap verreckt einfach kommen sind das explosiv ich hatte gerade die also was geht denn noch alles kaputt ich bin ein idiot ich kann auch draufhauen ja ah wie geil eine kamera ähm ja ok eine eine kamera ok ich mache mir mal ein foto ja dieses foto wird auf facebook hochgeladen falls irgendjemand fragen sollte das sind die schönen was sind das eigentlich ja minen ist ja klar aber sonst konnten wir nicht aufsammeln egal das sind diese schönen sensoren bewegungsminen nach was weiß ich es wurscht also auf das let's play noch mal zurück zu kommen oh mein gott er kommt um beschäftigt sich mal ich bin hier weg oh mein gott das war ein gescheiter hädchen das bist du für ein also dachte schon dass es überlebt es habe ich schon mal gesagt dass die revolver liebe das ist gerade ein bisschen lauter ja das ich da draußen macht mir gerade wenig freude du bist gut okay ich würde schauen was wir tun ja das tut sehr wie okay wollte nur mal gucken Habe mich interessiert. Gut. Uah! Headcrabs! Oh mein Gott! Headcrabs! Headcrabs! Überall Headcrabs! Ich kann heute irgendwie besser schießen als sonst. Oh mein Gott! Headcrabs! Aber ernsthaft! Wieso fällt hier alles zusammen? Scheiß Architekten, ey. Ich werde alle verklagt. Aber maßlos. Also wenn du für Energie sorgst, dann bringt uns der Zug direkt bis zur Oberfläche. Ich würde selbst versuchen, aber es ist verdammt weit bis runter zum Generatorraum. Und da sind, ähm... Dinger sind drin. Es kann nur eine geben. Zah! Oh Mann! Warum muss das nur so weit kommen? Nö. Tut mir leid. Ich wollte nur... Show machen, ne? Hier. Schau in die Kamera. Du bist auf YouTube. Ha! So. Ähm... Hallo? Oh mein Gott! Hat er mich gesehen? Es hat mich... Es hat mich gesehen. Hallo? Hallo? Oh du... Pfff! Uah! Ja, mach mal. Oh mein Gott! Hab ich mich schon wieder verjagt, ey. Das ist heute nicht mein Tag. Es ist halt wirklich nicht mein Tag. Ah! Mein Tag! Mein Tag! Mein Tag! Oh mein Gott! Alter! Du bist geschlagen! Weißt du das eigentlich? Ich schau mal, ob ich den irgendwie schaden kann mit einer Granate. Wenn ich den rauswerfe. Ähm... Ich glaub, der hat das nicht mal gespürt. Das macht mir grad wenig Hoffnung. Super. Geil. Oh, Headcrabs. 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 Headshard, würd ich sagen. Ha! Du auch. Eine Headcrab, ein Headshard-Gehler. Oh nein, 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 nein. Hör auf, sie zu bewegen da draußen, ey. Ich will nicht gegen das Viech da draußen kämpfen. Möglich nicht. Ich mach mich zum gespürt der Nation. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm... Leag. Okay. Ich wollte vor fünf Sekunden... Ein zweites Mal... Oder vor fünf Minuten erst mal. Ein zweites Mal auf das Let's Play, auf das Neue, zu sprechen kommen. Ähm... Ja, das wollte ich auch machen. Ähm... Es... Ich lad mir grad den zweiten runter. Sagen wir's mal so. Den ersten Teil hab ich mir grad bei Amazon gestellt. Oh, Werbung. Ähm... Und? Ich muss noch nicht etwa den Tümpel da unten, oder? Nee. Ähm... Und... Und der erste Teil, ähm... Ich weiß nicht, ob ich so... ... geschaffen bin, für... Ich sag's mal so, es ist ein Rollenspiel. Genau. Okay. Ich hab grad ein bisschen... ...angst gehabt, dass hier grad irgendetwas rauskommt. Hm. Hilfe. Huch. Halt! Halt! Oh mein Gott! Schlimmer! Ähm, also der erste Teil, die ich sag's mir auch ganz frei raus, das ist... ... noch ein bisschen leise... ... natürlich, wenn ich in den Ohren... Ähm, das ist... ... hat die umgekommen? Ja... ... NEVER 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 NEVER! Ähm, wem das irgendwas sagt... Oh! Oh! Bist du hier ein Fohl? Bist du lieb? Entschuldigung... ... bist du lieb? Ich dachte mir grad... ... bist du lieb gewesen? Ich weiß es nicht, aber du konntest ja nicht so weit schauen... Ähm... ... ja, für die Leute, die es nicht kennen... Ähm... ... es passiert auf dem... Oh Gott! Ich hab bis jetzt nur das Videospiel gespielt... ... also noch nie irgendwie... ... ich denke zumindest mal, das ist ein Brettspiel... ... ähm... ... Dungeon & Dragons heißt das, glaub ich... ... also... ähm... ... man hat ein... ... ich glaub das ist das... ... man hat einen Charakter... ... im... ... auf dem Brettspiel halt... ... und... ja... ... wie ein normales Rollenspiel... ... halt... als Brechspiel... ... ja... ... blöd gesagt... ... tot... ja... ... so... ... mehr ist es nicht... ... mit einem... ... alten Würfelbrechspiel ist das so... ... tot... ... ja... ... jetzt hier unten lang... ... Granaten... ... und leben... ... jo... ... und das... ... den zweiten Teil lade ich gerade im Hintergrund runter... ... deswegen hoff ich, dass es nicht asynchron wird... ... so... ... denn nein... ... ich hab grad seine... ... ranate geschwas... ... Zweine... ... oh mein Gott! Oh mein Gott! ... Hilfe, 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 Hilfe! Jetzt ist aber grad... ... unbisschen... ... unbisschen... ... aufgeleise... ... eil ist... ... sch ... Scheiss Spiel! ... so... ... ich geh jetzt mal... ... hier lang... ... mal... ... als wäre es irgendwo Radioaktivität herrschen. Tot? Tot? Ja, so macht man das, ne? Okay, hier ist Ruhe. Und jetzt gehen wir noch auf die andere Seite. Um da für Ruhe zu sorgen. Oh, wir haben... Oh, oh, oh. Hat gerade... Granate... Schwein! Ich habe kurz Pause gemacht. Ähm, hier unten, wenn ihr auf mein Interface schaut, bei den Waffen, sieht man rechts jetzt gerade Granaten. Äh, ich glaube, das sind sogar diese Klebegranaten, die man an die Wand pappt. Oh, das krippelt, krippelt gerade so schön vor meinen... Da, hier, vor meiner Waffe, hier. Ähm, genau. Man sieht es gerade... Oh mein Gott. Das sind die Granaten, genau. Ich komme mit Rechtsblick schießen. Ähm, komme ich da zu du auf? Hilfe. Ah, perfekt. Noch mal spannend. Ja, das war eigentlich das, was ich ganz am Anfang gemeint habe. Von wegen... Zweitwaffe. Kommt da jetzt, klingt da was runter oder hoch? Ich wollte erst mal gucken, ob da noch irgendwas lebt. Ähm, nein. Und das blöde ist halt, ich bin von Fallout oder so gewöhnt, dass wenn ich Rechtsklick mache, dass ich dann Zuschlag oder bei... oder von Lost Planet oder so. Ähm, es ist ein bisschen suboptimal, wenn ich dann irgendwo von dem Gegner stehe und dann so mache. Ich muss öfter speichern. Entschuldigung. Okay, 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 okay. Ich speichere genau jetzt hier. Was pfeift denn hier so? Meine Güte. So, die Hölle. Oh, ja. Entschuldigung! Das macht so schistische Ader. Äh, ich seh grad, ich hab Welten überzogen, oh mein Gott. Also, ähm, ich sag jetzt mal hier, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann lauf mal davor und was weiß ich. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch oder sonst was, ne? Gibt mal Feedback von wegen. Gut, schlecht. Bläh. Gut, bis dann. Tschü tschü.